So. Siehst du, Bomby, so lieb bin ich zu dir. Ich repariere dir deinen Garten. Damit die da nicht durchrennen. Oh. Jetzt habe ich nichts mehr. Gut. Ich kann dich ja nicht alleine machen lassen. Hi. Hi. Bist du tot? Schon? Okay. Okay. Ich meine, von mir aus, aber... Noch irgendjemand, der spielen möchte? Nein? Gut. So. Und der Schatz steht noch aus nach der Horde. Naja. Ähm. Wir brauchen ein paar Holzstacheln. Sollte erst mal reichen. Wir brauchen ein paar Holzstacheln. Gut. Und so ein Teil. Was hat er denn da? Was bist du? Was bist du? Zufrieden mit dem Haus, wenn die Bäume weg, Fenster und ein Dach, dann schon eher. Naja, das Problem ist nur, dass da unten drunter ist ein Blindspot. Wenn die Horde von der Seite kommt, dann haben wir keine Möglichkeit, die von oben zu bearbeiten. Weißt du, das ist das Problem. Das ist das Problem. So. So. Dann, du, du. Ich glaube. Ah, mir fehlt Alteisen. Uhuhuhu. Beinahe wäre ich in die Spikes gelaufen. Das hätte weh getan. Da haben wir noch jede Menge drin. So. Die Horde müssen wir abwarten und dann schon dort vor der Mauer Spikes hinsetzen. Man kann dann ja auch vom Dach ausschießen. Ja, aber wenn die Horde dann quasi durch die Mauer ist. Na, wenn die Horde durch die Mauer durch ist und sich unter diesem quadratisch praktisch guten Klotz befindet, dann sehen wir sie nicht mehr. Dann können wir sie nicht beschießen. Verstehst du, was ich meine? Das willst du nicht. Bist du dir da sicher? Denn wenn ich mir so die Horden, an die Horden zurückdenke, die ich schon mitgespielt habe. Na komm. Dann waren die ruckzuck da unten durch. Weißt du, die müssen auch nur irgendwie von hier kommen und dann hier rum. Da sieht die ruckzuck hier unten drunter. Ruckzuck. Distanzreparatur. So macht man das heute. Okay. Ich tue mir gleich garantiert weh. Ich wusste es. Ich wusste es. Au. Da waren wir auch zu viert und wir brauchen dann ja auch dort eine Zehnerei Spikes. Ja, aber wir können nicht... Au. Wir können nicht Spikes bis sonst wo hinbauen. Das ist... Nee. Weißt du? Muss man dann ja erstmal zwei Kilometer laufen, bis man irgendwo ansatzweise in der Nähe des Hauses ist, weil man durch alle möglichen Spikes durch muss. Da bin ich kein Fan von. So, da die den Garten hier so mögen. Bitteschön. Bitteschön, Bombi. Bitteschön. 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 So, jetzt wollte ich heute eigentlich... ...Benzin holen gehen. und habe stattdessen den Garten von Bomby repariert, in den ich noch nicht mehr mehr rein kann, weil der Kerl die Tür versperrt hat. So, ich wollte irgendetwas machen, ich habe es vergessen. Perfekte Voraussetzungen, würde ich sagen. Ach ja, ich habe hier was in Auftrag gegeben. Die sind fertig. Hier ist kein Eisen drin. Bitteschön, auch ein paar Federn und dann kann ich mir Stahlbolzen herstellen. So. Sehr gut. Es dauert jetzt ein Weilchen. Hier geht es der Dame. Ich habe etwas zu trinken gebrauchen. Da. Du bist beschäftigt. Ja, ich bin beschäftigt mit Trinken. So. Man könnte diese ganz Glaskrüge eigentlich mal auffüllen. Und dann kann man irgendwann, ähm, nach und nach, äh, das Wasser einkochen. So, nach Bedarf, ne? Weil... Trinkwasser... Stackt ja nur 15. Na ja, nach 15 Stück ist der Stack voll und dann... ist doof. Ist doof. Eigentlich wollte ich Benzin holen gehen, aber nein! Ähm... Ja, doch. auch... Die 40 können wir mal reinigen hier. Snowball. Und da. Das da ist es. Kochen. Das ist eine andere Flasche Wasser mit einem Snowball, der ein bisschen dreieckig ist. Ich meine, warum nicht, ne? Warum? Auch nicht. Und ich glaube, wir haben wieder Besuch. Freude! Das letzte Mal war gar nichts in dieser Hinsicht. Und dieses Mal... Ein Besuch nach dem anderen. So, ich spende mal ein bisschen was von meinem Eisen. Damit wir hier wieder... Zeug drin haben. So. Die behalte ich mal bei mir. Ölschiefe. Ah! 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 Interessant! Interessant! Also da quasi, ne? Upsala! Ich muss es trotzdem erst lernen! Herrlich! Ich muss es trotzdem erst lernen! Ah! Herrlich! Und um das gescheit zu lernen, muss ich loten gehen! Wie sonst was? Was? Warum haben wir hier eigentlich... Du bist nicht durstig! Was? Jetzt auf einmal nicht! Sonst immer, aber heute nicht! Gut! Nächste Nacht ist erst die Hordennacht. Naja, gut! Gleich wird es dunkel! Das heißt, wir ziehen dieses Teil an. Dann sehen wir auch was. Und so. Alles klar! Jetzt ist dunkel! Und nun müssen wir warten. Und Däumchen drehen. Das Feuer wärmt dich. Das ist aber schön, dass mich das Feuer wärmt. Kann ich vielleicht mal gucken. Hey! 42 kenn ich! Hat er denn die Tür da oben kaputt gemacht? Welche Tür? Was war das für eine Tür? Ehrlich? Ich kann einen Bohrerkopf bauen und ein Kettensägenblatt, aber ich darf kein Öl herstellen. Und das muss ich auch erst alles lernen. Die Bunkertür. Äh, wir haben die... Wir haben die ganzen Bunkertüren hier im Haus in normale Eisentüren zurückverwandelt. Weil... Im Idealfall... Hallo schöne Frau! Hallo der Herr! Äh, kommen die gar nicht so weit. Ne? Deshalb! Oh hey man, darf ich das bauen? Auto-Turret! So heißen die Teile! Blade Trap! Shotgun-Turret! Shotgun-Turret! Ich will die können! Haha! Ist bestimmt lustig! Es ist bestimmt lustig! Wenn die Hornnacht ist und dann so Tower-Defense mäßig die Auto-Turrets losgehen und die Shotgun-Turrets... Das ist bestimmt gut! Kann man das Eisen denn zurück... Pfff! Gute Frage! Ich weiß es nicht! Ich hab sie nicht zurückverwandelt! Ich war das nicht... Bombe, ich hab übrigens deinen Garten... ...etwas repariert und eventuell gerettet. Für die Turrets braucht man Strom! Sag an! Riker! Sag an! Man braucht Strom dafür! Ey! Okay! Yay! Ja! Und das, obwohl ich nicht rein darf, um Kuchen zu backen... ...habe ich trotzdem repariert, weil mit der nächsten Horde, die da durchgelaufen wäre... ...wäre die in deinen Garten gekommen. Und ich dachte mir... Das muss vielleicht nicht sein. Ich hab gehört, dass man die Turrets auch... ...dass man für die Turrets auch Munition braucht! Nein! 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 Wirklich! Ah! Hört jemand Lagerkisten gebaut? Oh! Die sind natürlich versperrt! Dödödöm! 欸! Dödödöm! queOOlas! Dödöd goed! Da liegen schon welche. Siehst du? Und da liegt auch eine. Die sind da unten echt nervig. Damn it. Irgendwann sind die da durch. Ich glaube, die prügeln sich jetzt gegenseitig. So ein bisschen. Oh. Ich glaube, die hat Hunger. Ey, Mutter. Wie wäre es, wenn du einfach drauf gehst? Ist das ein Deal? Die sind immer noch nicht fertig. Oh. Tü-tü. Tü-tü. Herrlich, das Lagerfeuer hier oben. So. Die Munition sollte reichen. Glaube ich. Hoffe ich. Oh hey. Ich weiß, wo ich die anbringen kann. Oh yeah. Bis zum nächsten Mal.